Bin bei André Rieu Konzert in Ohnmacht gefallen, hatte einen Platz ganz oben, war viel zu heiß und stickig. Willst du hier rein, dann nur als Zwerg, sonst gibt's Probleme in der Arena Nürnberg. Schlechteste Location ever, Plätze sind super eng und alles sehr chaotisch. Wenn hier mal Panik ausbricht, dann kannst du dir die Kugel geben. Alles was schwerer als 40 Kilo und größer als 1,10 Meter ist, wird auf den Rangplätzen mit 0 cm Beinfreiheit bestraft. Diese Arena ist für Hobbits und Zwerge, dürfen aber nicht groß und breit sein. Gefühlt hatten diese Minisitze eine Fläche von 25 x 25 cm, ein absoluter Graus. Die beste Show, die ich je gesehen habe, ehrlich Brothers. Die schlechteste Arena mit den schlechtesten Sitzplätzen, die ich je gesehen habe. Ganz enge Plätze, man darf nicht größer als 1,70 Meter sein, dann hat man dort verloren.